Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, Maria von Young Missio. Wisst ihr was das ist? Ganz genau, unsere Young Missio Box. Ich zeige euch heute, wie ihr diese faltet. Passt mal gut auf. Ihr habt hier ein Buch, hier, hier und hier. Jetzt drückt ihr diese zwei Seiten ganz vorsichtig, so gerade, und schon habt ihr die Form von einer Box. Nur irgendwas fehlt, oder? Weil man kann noch durchschauen. Ah ja, die Unterseite. Also, wir drehen das ganze Stück mal um. So, jetzt, gut aufpassen, jetzt drückt ihr diese zwei Seiten, diese Klappteile, nach innen, und schaut das so aus. Das obere klappt ihr so zu. Aber wie ging das jetzt mit diesem Teil? War das so? Kinder, ich glaube, ihr könnt das viel besser. Ihr müsst mir helfen. Habt ihr schon so eine Young Missio Box? Wenn nicht, dann bestellt sie euch gleich auf www.youngmissio.at. Die gibt's nämlich gratis. Jetzt fällt's mir nämlich auch wieder ein. Das gehört einfach so. Und schon ist die Unterseite fertig. Jetzt fehlt nur mehr die Oberseite. So, das ist ganz einfach. Eins, zwei, drei, und fertig ist die Box. Ach, noch nicht ganz. Ich hab was vergessen. Das kann man nämlich hier auch noch reindrücken. Da hab ich jetzt eine Öffnung, eine kleine. Und diese Öffnung ist dafür da, dass ihr, liebe Kinder, Gebete, Zeichnungen, Briefe oder auch eine kleine Spende für die Kinder in Asien, in Afrika und in Lateinamerika hier reinwerft. Wie ihr das machen könnt, dazu gibt's diesen tollen Aktionspass. Darin findet ihr 21 Aufgaben, wie ihr kleine und große Missionarinnen und Missionare werdet. Und ich freu mich schon auf die nächste Kindermesse am Montag um 17 Uhr. Macht's gut! Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.